hallo und herzlich willkommen zu let's play looter kings mit jagu und stin hallo ich stehe auf dem shop kommen wir jetzt los komm der tacky jetzt hier mann komm ich hab geguckt wie ich auf dem shop stehe exklusives bildmaterial auf einmal das stimmt überhaupt nicht könnt aber mir nachgucken wie ich geguckt habe nämlich und damit stin der lüge überführe dass keiner geguckt hätte aber meine perspektive ist exklusiv ach meine doch auch keine perspektive habe ich schon zigmal gesehen bei mir das stimmt überhaupt nicht aua wo kam der freche typ vermöble er ihn er piekst nimm dies dreckiger skelettor skelettor es ist skeleton er ist zurückgekehrt wir brauchen he-man bei der macht von castle greyskull ich habe die pfanne oh jagu wo bleibst denn können wir endlich weiter dann machen wir es jetzt wird so warte muss es ja auch aufgeladen ist noch nicht wenn wir es dann nicht weil wir keine brauchen nun wie es tut ihm nun Tor Krieger der Unterwelt daneben ihr lächerlichen Elfen Mono Elfen Mongos ha 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 jetzt natürlich ist natürlich jetzt wieder politiker incorrect für alle elfen die zuschauen denken jetzt das ist natürlich so nicht gemeint da müssen wir nehmen ich distanziere mich von jeglicher aussage die ich gerade getroffen habe jetzt weiß ich wir sind eigentlich in blatt wohl deswegen kommen wir auch immer in die unterwelt ist goblins kannst du bitte das böse b wort nicht sagen in meiner anwesenheit was bluthockings richtig goblins das t steht für gold ich dachte dass el steht für loot nein das wäre zu leicht es geht uns gut wir wollen mehr loopt das war so falsch von noten her dass sogar der tote elfenkönig tot und das können wir ausnutzen wir engagieren jagu als vorband dann klingen wir besser hinterher vielen sagt das doch nicht laut wo ist er denn hier der will auf die fresse kriegst du auf sein alter dass er es vergisst bis dahin wieso denn vergessen wenn ich seine leistung direkt von vornherein schmälere kann er nicht so viel geld verlangen dass die zuschauer ist vergessen aber was nie los warum habe ich denn hier ein zauberer und zwei stechskelette am hacken naja wie heißen die den assassin ich bin elfen assassine ich bin tot hier liegt eine menge loot am boden toll ganz klasse ich komme auf dich ist verlass jaguul ja götter fähigkeit schmörter fähigkeit hier hinten sind die pilze komm geh loo loo ich geh in die andere richtung böse wenn ich meine gleich mal hätte das sind sehr sehr viele aua sehr sehr viele elfen ja ich hoffe zu den pilzen ach du heiliges ich bin umzingelt wo ist denn der könig wo ist der könig irgendwo in der mitte war er war schon ein könig der könig ist tot lange lebe der könig oh dieser schuss oh diese schüsse gehen alle ganz woanders hin so jetzt nimm dies hier wo der könig ist liegen übrigens tausend pilze müsstet ihr essen ja gerade ich hänge allein lasst mir bitte ein zum wiederbeleben ach ja guck mal sagte er klar ich kann einfach mich auch gemütlich hinlegen die gewisse andere leute und gar nicht mit tausend skeletten kämpfen und dann in ruhe gucken was du so machst da gibt es noch pilze ja harte gönnung ist hart da macht uns hier mal kurz wieder weglaufen alle skelette die jetzt gerade nicht gedingt sind sind echte die können wir noch killen gehen da zum beispiel so okay die schwierige phase haben wir das ist doch den quatsch dieser quatsch von skelettkönig könnte dieser skelettkönig jetzt bitte von uns gehen er ist skelettkönig sage schon leorik verzieh dich das ist das doch das heißt doch elfenkönig skelettkönig tot ist tot ich hätte ihn gern tot gibt den löffel ab gibt den löffel ab kombo 14 ich werde rot und ich bin endlich sind der jago wieder vorsicht erlebt hat heftiger typ grazieht in vielen dank ich habe dich sogar noch vor meinem vor meinem verdienten bonus ich dachte ich kann dich werfen hast du nee du bist abgesprungen kritschern die marge hüllt seine mistgabel ich habe auch bald level ab ach das ist eine nahkampfwaffe schon wieder ach man immer nahkampfwaffen ich hätte auch gern mal was anderes ich gucke auch mal gerade in den shop vielleicht finde ich ja mal was nettes die finde ich ja sexy ich habe eine willis armbrust das ist doch die die ihr auch habt die nehme ich jetzt mal nee die hölzerne mistgabel ist ein zauberstab hölzerne mistgabel der hat räuber holzenplotz gesagt aber die ist sau teuer wisst ihr noch wie sich immer leute beschwert haben dass sie keine teuren sachen haben ich habe immer sehr teure sachen ja meine kostet auch schon wieder nur 60 also es ist auch nichts tolles meine kostet 400 ein kratz vielleicht muss ich auch erst level 10 werden oder so keine ahnung vielleicht sehr viel geld ist sehr viel geld ich habe ein schattiges plätzchen gefunden ich warte hinter der tüte vom elfenkönig auf euch ach so ich dachte du machst jetzt einen witz mit dem schattiges plätzchen ja wie nennt man einen keks unter einem baum schattiges plätzchen schattiges plätzchen was waren ditte nichts ich esse pilze siehst du ich dachte ich hätte was gesehen du bildest dir sachen ein passiert öfter kommen den besten familien vor was dass man sich sachen einbildet jo aber ich habe schon in der grundschule gelernt einbildung ist auch eine bildung wenn man das heutzutage schon in der grundschule lernt dann das wort das war ja heutzutage vor allem heutzutage heutzutage wie lange ist denn der grundschule her oh gott im himmel grundschule so wie er sich manchmal verhält ha 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 grundschule war in der 80ern kann ich zumindest bei mir du musst eine menge über männer lernen sie werden nur bis sieben älter danach wachsen sie nur noch und werden haariger außer ich du verlierst haare das auch noch nicht tatsächlich nein aber ich habe für alle die es nicht wissen und die sind interessiert ich habe tatsächlich so gut wie überhaupt keinen bart wuchs das erklärt so einiges wirft dich mal fragen auf ja deswegen siehst du immer so glatt geleckt aus richtig also als ich jünger war war das natürlich ein problem für mich alle anderen haben sich regelmäßig rasiert aber heutzutage denkst du dir fickt euch ich brauch sie nicht mega mega gut ja also wenn ich mich zwei monate nicht rasiere dann habe ich so links und rechts von meinem mundwinkel sich aus wie ein keu karten oder so eine barkel jeweils so zwei drei dann rasiere ich mich mal so ein bisschen und dann ist wieder gut aber auch was ist denn das für ein cooler raum hat mir den schon mal ja mit sicherheit das war nicht so schlau ich bin tot der war nicht so schlauer das merken wir weißt du weil jedes mal wenn du tot bist können wir unsere götterfähigkeit nicht benutzen die vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre gegen bestimmte gegner richtig da würden sich viele leute freuen über ihre güterfähigkeit so zum beispiel was für eine farbe hatte denn der pilz hätte ich gerade gestand hat ja gut ähm blau ok ok lasst das das verdorben musste ich nicht von hinten ran komm mal hierher du alter finden haha was war das level hat doch immer doch nicht geschossen von der anderen seite ok ganz kurz was gesehen der nächste schuss so nimmt man bitte hier ey ich hab doch meine blumen gemacht ja darf ich mal so frei sein und dir das schild von dem typen nehmen sehr nett danke welcher typ ja ihr kämpft da zu zweit mit einem und hier drüben sind drei magier das stimmt überhaupt nicht ich hab ihn nicht gesehen du erzählst mal Lügenmärchen ja nur um dich in einem besseren licht dastehen zu lassen ich guck's nach ich guck das nach so was von dir nur um deinen zuschauer zu informieren machst du uns mal vorwürfe hier sind deine zuschauer wichtiger als wir ja gut ja deswegen zeig ich den scheiß auch nicht mehr weil ihr drin vorkommt ego schwein er hat das böse wort mit i gesagt das war übrigens der blaue der stunt ja hat der jagu nicht gelogen ich wollte das überprüfen ich gucke kurz in den shop uuuh ich habe den erben des trauzeugen ach so glückwunsch zum level up ah gez danke moment henkos maske wieso hast denn du den jetzt schon weil ich dir mein ganzes geld gegeben habe naja gut ok die ist schlechter als meine bisherige oder brauchst du geld jaguil ok du wirst keine 200 haben ich habe nicht mehr 200 weiß jetzt jemand was diese regeneration macht äh ne aber ich gehe immer noch davon aus dass es einfach Götterfähigkeitsregeneration ist bling 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 hast du wirklich so viel Kohle geil hast du wirklich so viel Kohle geil passt aber besser zu meinem Outfit wie weit sind wir jetzt bin ich bald leer mach ruhig noch ein bisschen ne 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 ich glaube das muss reichen hi Finn weil da hat schon was vor geil ach so das sieht aus wie meine Mutti was das war jetzt aber nicht höflich der arme Goblin das ist ja die älteste maske der Welt denn ja die habe ich getragen als ich ein kleines Mädchen war ja guck unsere schönen Hütchen an deswegen willst du unbedingt das Kleid von Jaguil tragen wir müssen doch hier weiter warum geht denn das jetzt nicht deswegen bin ich nochmal zurück ach ja Fahrstuhl hätte ich das gewusst dann hätte ich doch gewartet gewartet hätte ich doch naja hätte ich dich heute erwartet hätte ich Kuchen da hab ich grad zu wenig Ton wo ist der Ton er schoss ich fand das so schön Phil erschreckt sich und der Goblin bewegt sich hektisch verdammt elf Pilze hat er gefressen alter Lachs Bambe vollgeschlagen der Jaguil ah lecker lecker ich muss ehrlich sagen die letzten beiden Folgen und weißt du und irgendwann hab ich mal einen Pilz gegessen den der Jagu gegangen gehabt hätte da musste ich mich direkt flamen lassen weil ich das nur wegen der Karte mache ich habe muss ehrlich gestehen ich hab jetzt die letzten Folgen überhaupt nicht auf die scheiß Karten geachtet so gar nicht so null okay jetzt wird das wieder lustig das wird eine unglaublich spektakuläre Folge ein bisschen Spaß muss sein übrigens zählt das auch wenn man sich selber stunt hab ich gehört ja das hast du schon öfter mal erzählt du hast Erfahrung drin hab ich gehört mhm ja erfahrene Selbstsdamme aber das passt echt gut zusammen in kalibalen Outfit dazu das schöne Sichtmaske kommt ihr jetzt langsam mal wundervoll wundervoll Luther Kings ist jetzt offiziell zu Was ist denn hier los? Hier kommt der Money. Oh, ich hab nur mich erwischt. Na gut. Zählt ja auch, ne? Reicht auch manchmal. Ja, einer ist besser als keiner. Aber ich könnte so einen Pilz dennoch mal gut vertragen, wenn ich so auf mein Leben gucke. Auf den Pilz hätte ich so Appetit. Oh, hier müsst ihr aufpassen. Das ist schön. Ich glaube, die sind im Level tatsächlich fast nur hier. Die an der Seite. Du verdammtes Feuer, Vieh, stürm. Nein, ich würde verfolgt. Ich renne. Jetzt wird hier gegöttert, jawoll. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, schön hochheilen mit dem Leben, was die fallen lassen. Ja, bitte. Danke. Yes, yes, oh. Oder Regeneration erhöht das, was du hier aus den Dingern kriegst. Kann auch. Das ist auch eine Möglichkeit. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Ich habe auf jeden Fall weniger Rüstung als mit dem, ähm. Das würde ich aber echt gerne mal wissen. Wenn das irgendjemand weiß, tippe er es bitte in die Kommentare. Bitte. Bitte. Dafür müsste es ja jemand gucken. Also, ich habe meine Aufrufe darauf. Ja, nur weil da dir keiner mehr guckt, ist, äh, ja, du brauchst ja nicht immer gemein zu sein zu anderen Menschen. Manchmal bist du ein ganz schönes, fiese Möp. Liebe Leute, baut den Sinn und den Finn bitte wieder in den Kommentaren auf. Jetzt wieder auf die Tour kommen, wisst ihr? Und der Votekick ist gestartet. Wenn ihr wollt, dass wir in Zukunft Omiyagul spielen, braucht das auch nur sagen. Ja, oben rechts, bitte klicken. Nur ein Wort und er ist raus. Na, bitte noch mit Kick. Ja, Ghul, weil sonst wissen wir nicht, auf wen das Kick besuchen ist. Oh, ich kann mir noch das zweite Gentleman Outfit kaufen, das ist ja geil. Golem. Ja, nix mit der Karte, glaube ich. Na gut, geben wir uns mal Mühe. Und Golem war sein Name. Na, wenn du noch Blut hast, kannst du jetzt hier einfach ein Wort kommen. Wir sind jetzt auch wieder mal gespielt, ne? Ich bin tot. Na toll. Ich laufe in den Raum und ich kriege direkt in die Bühne. Ich bin richtig schön warm gespielt, jawoll. Moment, ich kriege zum nächsten Pilz. Oder ich werde vom Finn wieder weht. Das ist auch ein Video. Jo, Rätzung ist hart. Danke, Finn. Jetzt brauche ich aber einen Pilz. Ich habe Rüstungen gesprengt. Also hier musste man erst die Ads machen, hast du gesagt, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man muss nicht, aber es trifft dich denn hier den ganzen Tag. Es könnte die Kanonenkugel sein. Komm mal hinter die Säule, Stink. Jo, unterwegs. Ich kriege so schnell, wie noch nie ein Goblin gekrochen ist. Oh, das war ne Kanonenkugel, Herr Golem. Hey. Danke, Finn. Jo. Oh, oh, das war ne Erste, knapp. Okay. Äh. Yes. Oh, aua. Outschi. Ich bin am Boden. Zerstört. Dankeschön, ja, gut. Oh, du Sau. Baupilz. Ne, keine Ads mehr. Gut. Du dreckige Schüft. Stirb, du dreckige Schüft. Ah, das ist so ein bisschen blöd. Das sieht aber besser aus als das. Da bleibt der immer stehen. Das ist ein bisschen blöd. Ja, wenn die Ads tot sind, geht's. Ah, das war dumm. Ich bin zu nah auf einer Stelle hin und her getramt. Ah. Ich tanke ihn. Sehr gut, Finn. So bin ich halt. Gute so von mich hin. Nimm dies. Du Golem, du. Oh, mein Viech tankt. Ich habe ein Spottviech. Deine Mutter war ein Wachstuber. Ha, 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 ha. Sehr gut, Kevin. Sehr gut, Kevin. Sehr gut, Kevin. Sehr gut, Kevin. Deine Mutter war ein Wachstuber. Ich nehme nochmal Crit. Ich auch. Wurde mir gerade so angeboten. Dachte ich mir, sage ich nicht mehr. Mir wird Damage angeboten. Mehr Damage. Ja, Finn, du hast ja gesagt, deine neue Waffe kostet sehr viel Geld. Ich habe 300 Mark. Ach du heiliges. Ich habe 390. Ah ja, ich würde, ich habe selbst schon 270, dann würde ich das, ja. Ja, mach mal hier, dann können wir mal. Ja, ja. Aber der Stinn will doch bestimmt auch noch ein Gentleman aufbauen. Danke, reicht schon, es reicht schon, es reicht schon. Ich habe meine Maske. Ich habe genug, ich habe genug, danke. Was hast du? Ich habe meine Maske. Reicht dir die? Weil ich kann dir eine geben. Warum liegt hier kein Stroh? Ich bin mal weg. Sicher, dass das besser ist? Es ist nicht besser, aber ich bin damit zufrieden. Aber ich kann dir genug Geld geben, dass du auch den lustigen Hut kaufen kannst. Für mehr Damage und mehr Rüstung und alles, was du gerne willst. Mehr Damage macht ich damit nicht. Aber mehr Rüstung ist vielleicht auch nicht schlecht. Das stimmt. Dann bring es mal, komm. Komm, schmeiß her. Leute, ich muss mal kurz das ausprobieren. Zahl mich aus, zahl mich aus, oh ja. Uh. Was ist das? Das ist eine Paprika, Jungs. Die Paprika heilt mich. Die heilt dich? Die Paprika hat mich geheilt. Na toll. Hast du die jetzt gezaubert? Ja, ich habe die gezaubert. Kannst du einfach Paprikas zaubern? Bam, Paprika. So, eigentlich müsste der Stinn jetzt genug... Ach, geil. Brauchst du noch gleich? Ich will auch eine. Das ist ja mega geil. Aber es hat cooldown, warte, Jagu. Während Stinn schwoppt, können wir kurz auf meinen Paprika cooldown... Gib mir noch eine Paprika, hier. Hallo, Paprika, tell me how you're doing. Nimm diese Paprika gleich. Hey, Mr. Paprika man bringing me Leben. Paprika. Heil, Paprika. Aber wie sich dieser Kampf im Stab bewährt, ja, dieser Stab im Kampfe bewährt, das erfahren wir leider erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Aber warum? Let's Paprika in den Loot-Applust. Paprika, hä? Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zugesehen haben und sage Tschüssli Müsli. Tschüss. Das ist die Nummer so. Tschüss. Tschüss.